Bei der Mehrkonferenz 2013 bin ich hier mit etwa 3000 Christinnen und Christen von verschiedensten Konfessionen aus mehreren Ländern. Wir sind hier in der Kongresshalle in Augsburg. Wir kommen hier zusammen, um gemeinsam moderne Loblieder, rhythmische Loblieder zu singen, zu beten. Und hier treten auch charismatische Persönlichkeiten auf, die von ihren Erfahrungen und von ihrem Glauben erzählen. Mir gefällt der Titel dieser Konferenz, mehr mit H. Denn Menschen, die hierher kommen, können spüren, das Leben ist mehr als bloßer Alltag, mehr als nur Welt. Ich denke da an die Menschen, die in den vergangenen Stunden zu mir gekommen sind und die mir erzählt haben, zum Teil unter Freudentränen, wie glücklich sie es macht zu glauben. Und mir fällt dazu auch ein, die Taufe Jesus, Jesus, von dem das Evangelium erzählt. Als Jesus getauft wurde, heißt es da, öffnete sich der Himmel über ihm und es war eine Stimme aus dem Himmel zu hören. Du bist mein geliebter Sohn. Ich glaube, dass Jesus uns allen helfen kann und auch mir helfen kann, immer mehr zu erleben und mehr zu spüren, dass diese Stimme vom Himmel da ist. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein Geliebter Sohn. Untertitelung des ZDF, 2020